Ihre Zähne, Messer scharf. Ihre Beute, Artgenossen. Was haben Piranhas mit Kapseln gegen Reizdarm gemein? Nichts? Von wegen. Im Angesicht des Piranha-Aquariums entstehen die Ideen für ein Milliardenunternehmen. Und er ist der Macher, Dr. Clemens Fischer, 40 Jahre alt. Was treibt ihn an? Dass ich eigentlich noch viel schneller sein muss. Und ich denke eigentlich mehr so in der Zukunft, was ist der nächste Schritt, wo geht die Reise hin versus was habe ich erreicht, das zählt eigentlich heute schon nicht mehr. Promovierter Mediziner, diplomierter Betriebsökonom, Masterabschluss in Harvard, da ist Fischer gerade 30. Überflieger? Wann hatten Sie Ihre ersten Menüren zusammen? Mit circa 30. Und was haben Sie damit gemacht? Wieder investiert in neue Erfahrungen und in neue Projekte. Mit 32 Jahren ist Fischer in der Geschäftsleitung des Pharmakonzerns Novartis, aber die Prozesse sind ihm zu langsam. Er gründet seine Firma PharmaFGP, Fischer Gesundheitsprodukte, Sitz in Grefelfingen bei München. In der Geschäftsführung unterstützt ihn Madeleine Hohlefelder, auch erst 35 Jahre. 30 rezeptfreie Arzneimittel hat die Firma am Markt, ihr Aushängeschild Kitschimea gegen Reizdarm, mit Zulassungen in ganz Europa und den USA. Außerdem Präparate gegen Hautrötungen, Schwindel, Erkältung. Fischers Kapital erforscht nach traditionellen Wirkstoffen, die die Konkurrenz bislang wenig interessierten. Verborgene Schätze, nennt er sie. Auch den Diätdrink Jokebe hat er entwickelt und im letzten Jahr verkauft, für mehr als 150 Millionen Euro. Der Durchschnitt hat bei Fischer schon verloren. Je höher das Risiko, desto höher der Return. Das stimmt wirklich. Aber man kann auch viele Sicherungsmechanismen einbauen. Bloß wer sich selbstständig machen will, muss ein Risiko eingehen, ausarmen. So kann nur ein Macher agieren, der eine starke Unternehmerfamilie im Rücken hat? Meine Mutter war allein ziehen. Wir hatten damals nicht mal das Geld für die Fahrkarte nach München und mussten das immer zusammenkämpfen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das die beste Ausbildung, Lehre im Leben, die man haben kann, nicht Sachen vorgesetzt zu bekommen, sondern für jedes Einzelne zu kämpfen. Heute ist Fischer selbst millionenschwer, sein Unternehmen eine Milliarde wert. Und den Hubschrauber hat er nicht nur als Modell. Übrigens, die Zahl der Piranhas hat sich seit der Firmengründung verringert. Fressen und gefressen werden, die Devise auch für Fischer? Die warten auch sehr lange, bis das Futter kommt, beziehungsweise bis die richtige Gelegenheit kommt und greifen dann zu. Und so verhält es sich bei uns auch. Zum nächsten Projekt sagt Fischer am Ende auch nur eins. Groß muss es sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017